Wie funktionieren eigentlich Meerseillängen? Alles über die Idee hinter Meerseillängentouren und wie der Ablauf darin letztlich wirklich ausschaut. Darum geht es heute bei den Klettern Grundlagen. Thema Meerseillänge. Meerseillängen. Eine schöne Art der Fortbewegung am Fels, die aber nicht wenige Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzt. Allen voran der Ablauf in einer Meerseillänge. Heißt, wir besprechen heute, wie man in seine erste Meerseillänge einsteigt, wenn man bereits schon mal Sportklettern war. Das beginnt zuerst nicht mit dem Einbinden im Gurt oder dem Helm aufsetzen, sondern es beginnt mit dem Schwierigkeitsgrad. Also dem Auswählen der richtigen Route. Das ist mir persönlich wichtig, dass ihr das alle richtig macht und gut könnt, auch wenn sich das jetzt vielleicht absurd anhören mag. Was meine ich damit? Die größte Scheiße ist in einer Meerseillänge, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Und der Partner, die Partnerin ebenfalls nicht mehr. Weil man kann meistens nicht mehr einfach so zurück. Das unterscheidet die Situation maßgeblich von einer Bergtour, wo ich jederzeit sagen kann, ne, keine Lust mehr, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Deshalb ist die Auswahl der Route und die realistische, realistische, Selbsteinschätzung wahnsinnig wichtig. Nun gibt es viele Sportkletterer, die gerne mal sagen, ja, ich kletere im achten Grad, deshalb geht das auch bei Meerseillängen. Logischerweise auch. Massiver Trugschluss. Dazu aber später nochmal mehr. Was ihr aber jetzt erstmal wissen müsst, Meerseillängen sind sehr viel anstrengender als das Sportklettern. Auch sieben Sportkletterrouten sind nicht so anstrengend wie eine Meerseillänge mit sieben Seillängen. Das hängt nämlich von vielen Faktoren ab, ist pauschal aber besser, wenn man das so verinnerlicht. Deshalb sollten die Schwierigkeitsgrade einer Meerseillänge immer unter dem Sportkletterniveau liegen und niemals das Sportkletterniveau selbst sein. Vor allem nicht die Obergrenze des Sportkletterniveaus. Wer schon länger klettert, weiß das nämlich ziemlich genau. Nicht alle Sportkletterrouten sind gleich und die Bewertung ist manchmal sehr subjektiv und manchmal liegt einem eine Route und manchmal halt eben nicht. Dieses Risiko kann man sich beim Sportklettern leisten, beim Meerseillängen klettern aber nicht. Kurzum, wenn man sich erstmals an Meerseillängen herantastet, gibt es meiner Meinung nach zwei gute Ansätze. Der erste, man zieht vom eigenen durchschnittlichen Sportkletterniveau mindestens zwei ganze Grade ab. Ich kletter normalerweise fünf, beispielsweise also ist meine Meerseillänge eine drei. Neun heißt halt dann maximal sieben und so weiter. Das hat den Vorteil, dass man immer innerhalb der Komfortzone unterwegs ist. Achtung, ich rede jetzt wirklich nur von Meerseillängen klettern, nicht komplett alpinen Touren, sondern halt eher vom Bereich Plaisir. So, der zweite Ansatz ist der linear ansteigende Ansatz. Unabhängig vom Sportkletterniveau übrigens. Heißt, ich fange bei einem Dreier an, dann mache ich eine Vierer, Fünfer und so weiter. Bis man eben merkt, dass die Meerseillängen so schwer werden, dass ein weiterer Grad ein Risiko darstellen würde. Der Grad selbst sollte niemals, niemals bei Meerseillängen ein Risiko sein. Meerseillängen bergen genug Risiken, da braucht man nicht auch noch die Schwierigkeit. Dieser Ansatz ist natürlich der sicherere, der defensivere, aber hat einen großen Vorteil. Im leichteren Klettergelände kann man sich besser mit der Technik, dem Ablauf, den wir heute besprechen, beschäftigen und muss sich nicht so sehr auf Kraft, Ausdauer und Klettertechnik konzentrieren. Steigert man sich dann von Tour zu Tour, dann werden die technischen Abläufe immer selbstverständlicher und man kann sich wieder mehr auf die Schönheit der Tour, die Kletterei selber und sonstige schöne Aspekte konzentrieren. Welchen Ansatz man nun wählt, das bleibt euch überlassen. Das einzige, wovon ich euch am liebsten mit Händen und Füßen abhalten will, ist, im Sportklettergrad in Meerseillängen anzufangen. Schauen wir uns jetzt die Vorbereitung an. Zu Beginn sollte man die Länge der Tour überlegen. Jetzt im Winter sind Meerseillängentouren natürlich auf die niedrigeren Regionen begrenzt, können aber trotzdem recht lang sein. Die Tage jedoch sind es nicht. Im Sommer hingegen hat man viel Tageszeit, die Touren können also länger sein. Nun sollte man überlegen, wie viele Seillängen man denn schafft, beziehungsweise wie viele Höhenmeter man denn schafft. Da man zu Beginn mit allen Techniken noch etwas vorsichtiger ist, dauert alles insgesamt natürlich auch etwas länger. Standardmäßig ist man ungefähr 20 bis 30 Minuten pro Seillänge unterwegs. Das kann man zumindest kalkulieren, bei durchschnittlichen Seillängen. Sehr einfache Seillängen sind manchmal schlechter gesichert, weshalb Orientierung und Vorsicht wichtiger werden, sodass man auch wieder etwas langsamer ist. Daher sind die 20 bis 30 Minuten eigentlich ein guter Richtwert. Wenn man aber erstmals Meerseillängen klettert, dann sollte man einen pessimistischen Zeitpuffer wählen. 40 Minuten pro Seillänge bis zu einer Stunde würde ich persönlich für die erste eigene Meerseillänge einplanen. Das klingt für Erfahrende jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber wer noch nie eine Meerseillänge geklettert ist, wird die Zeit brauchen, um sicher und entspannt durchzusteigen. Dazu kommt natürlich auch der Abstieg, beziehungsweise das Abseil. Diese Zeit sollte man natürlich auch nochmal draufschlagen und berücksichtigen. Wenn man nun vier Seillängen hat und sehr pessimistisch eine Stunde pro Seillänge rechnet, dann seid ihr vier Stunden bis zum Ausstieg unterwegs. Wenn man noch eine Stunde Abstieg hat, dann ist man bei fünf Stunden für die Meerseillänge selber. Das sollte also bedacht werden. Wählt zu Beginn jedenfalls kürzere Meerseillängen und im Idealfall Pläsiertouren, bei denen im Notfall auch abgeseilt werden kann, wenn es Probleme mit Erschöpfung oder Unsicherheit zum Beispiel gäbe. Aber klar, nicht alle Routen bieten diesen Luxus. Nun schauen wir uns den Ablauf vor Ort an. Bitte legt eure Ausrüstung nicht erst an, wenn ihr vor der Wand steht. Das ist bei vielen Meerseillängen nämlich einfach ein unnötiges Risiko. Je mehr Zeit man am Wandfuß verbringt, desto eher kann einen Steinschlag betreffen. Möchtet ihr übrigens mal ein Video zur konkreten Ausrüstung bei Pläsiermeerseillängen, bei normalen Meerseillängen und bei alpinen Meerseillängen haben, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Dann kommt auch dazu ein eigenes Video, wenn ihr das möchtet. Also, tippt. Oder auch nicht. Okay, weiter geht's. Soll heißen, vielleicht haltet ihr euch am besten 30 Meter von der Wand fern irgendwo am Zustiegsweg. Bleibt ihr stehen, legt eure Sachen an, geht zur Wand, zieht nochmal das Seil ab, bindet euch ein und dann kann es losgehen. Aber wie geht's denn jetzt eigentlich los? Wer in die erste Länge einsteigt, ist eigentlich egal. Ich empfehle dafür immer Schere, Stein, Papier. Hat man aber einen erfahreneren oder stärkeren Kletterer im Team, dann sollte man darauf achten, dass dieser die schwerste Seillänge klettert. Da kommen wir jetzt auch schon zu den zwei Möglichkeiten, wie man Meerseillängen überhaupt organisatorisch klettern kann. Davor müssen wir aber uns noch auf ein paar Begrifflichkeiten einigen. Es gibt einen Vorsteiger und es gibt einen Nachsteiger. Der Vorsteiger ist die Person, die das Seil im Vorstieg einhängt und als erster an den Stand kommt. Der Nachsteiger kommt nach der Ankunft des Vorsteigers am Stand nach, deswegen Nachsteiger, und sammelt das ganze Material ein. Er klettert sozusagen im Toproad. Bei der Frage nach dem Wie gibt es nun die Wechselführung und die Raupentechnik. Bei der Raupe ist der Vorsteiger immer die gleiche Person. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Hier haben wir Sebastian und Alissa. Sebastian klettert vor, sichert Alissa nach. Sie ist also die Nachsteigerin und Sebastian steigt daraufhin die nächste Seillänge ebenfalls wieder vor. Das Prinzip wird also von Anfang an gleich gehalten und immer weitergeführt, also wiederholt. Bei der Wechselführung klettert Sebastian hoch zum Stand, holt Alissa nach, Alissa klettert an ihm vorbei zum nächsten Stand und holt Sebastian nach, welcher dann wieder an Alissa vorbeiklettert. Deshalb heißt es auch Wechselführung, weil die Führung, also die Rolle des Vorstiegs immer gewechselt wird. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Vorteil der Wechselführung ist, dass man sehr schnell vorwärtskommt. Bei der Wechselführung kann man theoretisch, wenn genug Material vorhanden ist, nämlich, und vor allen Dingen ist die Sicherung zulässt, direkt am Stand vorbeiklettern, ganz ohne Pause. Kalkuliert man für das Abziehen und Organisieren des Seils bei der Raupentechnik etwa 5 Minuten ein, sind das bei 10 mal Stand bauen, so um die 50 Minuten, die man nur mit Warten und Seilabziehen genutzt hat. 15 Minuten länger am Berg, das kann ja durchaus relevant sein. Bei der Wechselführung muss man natürlich auch gelegentlich Pausen machen und Material austauschen, da der Vorsteiger von vorhin vielleicht noch Material hat, das der neue Vorsteiger jetzt braucht. Das dauert aber für gewöhnlich maximal eine Minute. Die Raupentechnik hat aber einen Vorteil. Wenn jemand unsicher ist, was den Standplatzbau betrifft oder vielleicht auch sehr ängstlich, wenn es ums Vorsteigen geht, dann kann diese Person immer nachsteigen und muss die Stände nur abbauen und nicht aufbauen. Abbauen ist einfach, alles mitnehmen, was vorher drangehängt wurde. Aufbauen ist bei manchen Touren vielleicht aufwendiger und braucht grundsätzlich mehr Wissen. Der Zeitaspekt ist unterm Strich aber trotzdem wirklich wichtig und daher spreche ich folgende Empfehlung aus. Seid ihr gleich stark und gleich erfahren, dann klettert besser in Wechselführung, um zeitlich mehr Spielraum für anderes zu haben. Ist eine Person erfahrener oder stärker bzw. hat die andere Person Probleme mit irgendetwas, klettert besser in Raupenführung. Aber bitte besprecht das noch vor der Tour und einigt euch auf eine Tourenlänge, die diesen Umstand dann letztlich auch berücksichtigt, vor allem, wenn es um die Zeit geht. Das Grundprinzip des Ablaufs ist also geklärt. Nächsten Dienstag schauen wir uns dann die Details an. Also, was machst du ganz konkret, wenn du den Standplatz erreichst? Woran erkennst du eigentlich einen Standplatz? Und was gilt es dann zu tun? Freue ich dich jedenfalls darauf. Das wird ebenfalls ein sehr cooles Video. Und bitte vergesst nicht, dass sich diese Videos nur deshalb realisieren lassen, weil du es möglich machst. In der Videobeschreibung oder auch hier irgendwo eingeblendet findest du ein paar Informationen dazu. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.